warte ich habe neue höflinge was mit dir ist katholisch bayerisch und verheiratet hey rock auf den titel wunderbar wenn wir das los geworden das ist nett ich bin nicht vom bischof gebilligt ich kann nur wenig machen dass sie nicht mehr gebilligt bin weil ich da wahrscheinlich auch noch keinen man könnte mein geschenk schicken neun meinung gibt es auch nicht wirklich wer ok prag bekehren scheint relativ schwierig zu sein bildungswert ist nicht hoch und wir haben wenig eifer ist natürlich eher tragisch sage ich bescheid falls ihr noch mal einen neuen zuletzt ja mach ich bin gerade wenig online spiel zu sehr auf league of legends reingekippt momentan der welt als ich draußen mit anna berta spiele habe ich plötzlich ein geräusch es ist leise und klingt zerbrechlich und verängstigt ich schaue überall unter jedem fels hinter jeder ecke in jedem busch und endlich finde ich ihn ein kleiner welpe sitzt ganz allein zwischen zwei steinen aber also ich krieg für ein haus und krieg ich plus 1 diplomatieren plus 1 kampf geschehen ok her damit haben wir einen welpen was ist was da war eigentlich was mit schnapper lefzen lecker oder schnappen ja es ist ein hund mann wir nennen ihn selbstverständlich bello fantastischer name ich stimme zu bündnis ungültig war mother fucker wie habe ich die verheiratet meine mutter wieso sagst du mir dann dass wir jetzt eh noch verbündet sind weird vielleicht ist er gleich wieder herz herzherrsche geworden ist auch egal Oh, okay. Wir brauchen hohe Werte für die Ausbildner. Ausbildungseigenschaft. Ah, okay, 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 okay. Das heißt, wir hätten... Warte mal, kann ich mich noch ziehen lassen momentan? Ich habe einen... Verwaltungsausbildungsschwerpunkt. Bist du Verwaltung? Nein, das ist Bildung. Das ist Soldat. Das passt halt nicht so wirklich zusammen. Ich meine, du hast zumindest hohe Werte, I guess. Bist du... Bist tschechisch. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Kultur definitiv nicht wechseln. Und ich hoffe, ich werde nicht von ihm ermordet. Das wäre auch eher... schlecht. Ich muss Geld sparen für Böhmen. Auch noch etwas, was ich machen muss. Der Bayerisch-Italienische Krieg... ist immer noch am Laufen. Scheinbar gewinnen die Bayern. Also wir. Sorry. Wir feuern natürlich unseren... gültigen Lehnsherr an. No! No, I can't die. No! Rufe deinen Arzt sofort! Ey, wir brauchen einen Hofarzt. Wir brauchen einen Hofarzt! Auf der Stelle. Okay, 16. 16 ist pretty dope. Ja. Naja, 10 Gold. Hofarzt einsetzen. Okay. Tut nur das Nötigste. Ein wenig besser. Wunderbar. Gewaltiger Bonus für Gesundheit. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Wer ist mein Erbe? Au, ich habe ja noch einen. Okay. Das wäre nicht das Allerübelste. Das wäre gar nicht so schlecht, actually. Ja, 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 ja. Grafschaft von Prag. Die werden einen Aufstand machen. Den wir niederschlagen müssen. Wir haben ein bisschen Geld. Und wir haben Verbündeten. Also ich bin guter Dinge. Oh, sehr schön. Das heißt, ich folge es meiner. Bello, der Unruhestifte. Mein versalligen Graf Hartnach kommt zu mir mit Wut in den Augen und einem Hund in der Hand, den er am Nacken hinter sich herschleift. Als er mir das Tier entgegenwirft, erkenne ich, dass es sich dabei um Bello handelt. Ja, da handelt er meinen Hut nicht schlecht. Äh, Hund meine ich, nicht Hut. Und ich fand diese Bestie zwischen meinen Habsichtigkeiten. Was nicht zerkaut war, war mit Kot beschmiert. Ich werde euch entschädigen. Ich meine... Ah, was war der dritte von... Okay, wir entschädigen ihn. Ich weiß nicht, dass er mich noch weniger mag. Wie alt bin ich? Bin zehn. Okay, sechs. Sechs Jahre noch müssen wir... Müssen wir überleben. Vor allem erwachsen sind. Okay, ich bin nicht mehr krank. Wonderful. Kann ich eigentlich mit meinem Bruder umbrennen? Schon, gell? Wie ist es, wenn ich Kinder bekomme, dann wird mein Bruder eh übersprungen. Weil mein Bruder zu spät geboren wurde, right? Das ist eigentlich... Mir fällt gerade auf, wie viel Glück wir hatten, dass das Kind geboren wurde, nachdem der Vater gestorben ist. Deswegen hat sich nichts aufgeteilt. Das ist eigentlich brillant. Mein Ratsspitzel ist kein gutes Zeichen. Oh mein Gott. Er ist gut. Weswegen magst du mich nicht? Es liegt nicht daran, dass du kein... Scheiße. Es liegt nicht daran, dass du kein... Keinen Posten hast. Das ist das Problem. Wir müssen ihn dazu bringen, mich mehr zu mögen. Ich glaube, er kriegt nur plus 20 dann, oder? Er hat nur plus 10 bekommen. This is a motherfucking problem. 17 Meinung reicht nicht wirklich. Ich glaube, wir müssen das ändern. Ist denn hier noch ein anderes gut? Nein. Ja, aber wir machen ihn. Er mag mich wenigstens. Das ist wichtiger, als dass er gut ist. Weil ein guter Spitzel, der mich nicht mag, tritt dann nur einem Komplott bei und killt mich umso mehr. Bayern größer. Holy shit. Das ist mal ein Bayern hier. Das ist mal ein Bayern. Okay, Elding 2 bei unserer Schwelle. Das ist fein. Steuernachlass, die Kontrolle, die sie... Alle Grafschaften in der Fraktion. Wer ist in der Fraktion? Bevor wir jetzt da... Bevor wir jetzt da den großen Krieg anfallen. Bauernpöbel. Zwei Mitglieder. Grafschaft von Prag. Ja. 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 Mit der Tasche geht 53%, oh. Okay. Jetzt sammelt die Truppen. Ich meine, das sind nur 520. Das sind nur 520 Pöbel. Gehen wir einfach drüber reiten und aus ist. Weil ich nicht mal meine Verbündeten mit reinziehen, glaube ich. Wieso sind das nur 702? Excuse me. Shit. Ich habe weniger Aufgebote. Oh no. Ich dachte, ich hätte immer noch 1400. Aber ich meine... Erwachende Anziehung. Eingekuschelt in meiner Decke schlafe ich langsam ein. Vor mir liegt ein Mensch, umhüllt von Nebel, der mich zu sich winkt. Als ich bei ihm bin, ihn berühre, lichtet sich der Nebel und unsere Haut wird überzogen von einem sanften Erröten. Ich lehne mich nach vorn zu einem Kuss. Als ich den Kopf wieder zurücknehme, betrachte ich... Ich meine... Wir brauchen... Wir brauchen Kinder, so heterosexuell es ist. Ähm... Monstroses Zerrbild. Steht da die Güte? Ist das die Güte? Habt ihr gar keine Güte? Niedrige Güte, okay. Ich meine, und wir sind dope as fuck. Wir sollten diese Bauern definitiv problemlos überrennen. Which we did. Okay. Verderung erzwingen. Schluss ist damit. Einheimische befriedet. Wunderbar. Alle auflösen. Jo. Und ähm... Was machen wir mit dir? Können wir dich hinrichten? Ja. Auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Oh, die Scheiterhaufen. Ich bin nicht verlobt. True Story. Ist aber okay. Ich meine, wir könnten mal schauen, ob wir ihn finden. X Alter 25... Na... Ähm... Altersunterschied 5, bitte. Alle. Fruchtbarkeit. Alle. Und dann vererbbare Eigenschaften. Okay. Sind alle. Wir werden hübsch. Fünf Jahre alt. Wir warten noch ein bisschen. Wir müssen das nicht jetzt machen. Bello, die Ratsversammlung. Als ich und meine Ratsmitglieder uns zu einem Treffen versammeln, kommt mein Hund Bello mit Bettblick und traurigem Händenschwanz zu mir. Er ist nicht gern allein, doch dies ist eine wichtige Besprechung. Äh... Oh, oh. Oh, oh. Bello macht sich auf Abenteuer auf. Stimmt, ich kann nicht minus fünf. Meinung all meiner Ratsmitglieder bekommen. Sowohl an Herzog Grimwald von Augsburg, als auch ich genieße ein hohes Ansehen bei unserem Lebensherrn, König Karl. Wenn es jedoch um die Vergabe von Titeln, Ehre und Reichtümern geht, wird einer von uns immer erster untergleichend sein. Die anstehende Zusammenkunft in Regensburg bietet mir die Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass die Gunst von König mir gehören wird. Äh... Dieser Charakter bemüht sich, die Beziehungen zu anderen Vasallen seines Lebens her aufzubauen, Meinung anderer Vasalpos 15. Okay. Ja, ähm, wir können leider nichts von dem machen, weil wir sind momentan zu schlecht als Kind und unsere Erfolgschancen sind extrem gering, dass da etwas Positives dabei rausschaut. Also sind wir nett. Uh, sehr schön. Er hat sich wen gesucht, ähm... der in dem Bauch kreut. Well done, Hund. Well done, Bello. Das Objekt meiner Begierde. Seit Ewigkeiten möchte ich nur eines. Ein Holzschwert. Endlich verspricht mir mein Vormund, Yiri, mir den Wunsch in drei Monaten zu erfüllen, wenn ich mir mehr Mühe bei den Studien gebe. Sprunghaft. Ich werde mir Mühe geben. Treuherzig. Ähm... Sprunghaft. Verwaltung minus zwei. Zufrieden. Ränkespiel mit Bildung plus zwei. Anspannungsverwaltung. Zufrieden ist gar nicht so schlecht, actually. Das ist nur Ränkespiel minus eins. Ich glaube, ich werde zufrieden. Okay, er kriegt die Eigenschaft herrisch, mein Bruder. Ein doppelter Eindruck. Von einem weiteren Festmahl zu einem meines Lebens herrn, König Karlstab, mir Graf Vulcari einen Besuch ab. Keiner von uns beiden steht hoch in der Gunst von König, erläutert er. Doch wenn wir bei dem Festmahl eine spektakuläre Schau veranstalten würden, könnten wir unser Ansehen beim Steigern. 30-Meinung. Das ist das Gleiche, nur dass ich statt Geld Prestige verbrauche, weil ich habe auch nicht so viel Prestige. Äh... Ja. Ich will nichts davon ausgeben, ehrlich gesagt. Und wenn die Ratschläge müssen jetzt gerade eigentlich nicht sein, auch wenn sie manchmal interessant sind, Niedrige Gemeindekontrolle in Graz allerdings. Wäre cool, wenn wir das irgendwie ändern könnten. Äh... Ich muss gerade nicht mehr Kriege erklären, meiner Meinung nach. Ich muss einmal vorrangiger wachsen werden. Das ist das erste Zeile. Bello, der entzückte Vassal. Wunderbar. Mehr Weinung von meinen Vassalen ist immer gut. Vor allem, weil momentan nicht alle so eine wahnsinnig tolle Meinung haben von mir. Okay. Ja, die sind alle ein bisschen angefressen. Ja, aber die meisten mögen mich so halb zumindest. Das ist nicht so schlecht. Ich meine, ich bin nicht so schlecht, eigenschaftenmäßig. Oh, groß, man. What happened? Wieso ist das immer noch zusammengeschrieben? Ist das nur besetzt? Das ist immer ein fetter Krieg gegen Bayern und Westfrankenreich. Das ist schon wieder kein Bündnis mehr. Das ist schon wieder kein Bündnis mehr. Landlos. Dann können wir ihn einladen. Dann können wir ihn einladen. Schade. Dann können wir ihn wenigstens nur ein Land geben. Wir haben jetzt gar keine Bündnisse mehr. Ja, immer noch Bündnisse. Immer noch Bündnisse mit dir. Ah, wir haben stattdessen mit dir ein Bündnis, statt mit dem... Okay. Also wahrscheinlich ein Familienmitglied. Das den Titel übernommen hat. Deswegen haben wir trotzdem nur noch ein Bündnis mit Bayern. Nun halt nicht mit dem Grafen, sondern mit seinem Bruder oder was auch immer. Mittlerweile habe ich es mir angewöhnt, mit Bello täglich Gassi zu gehen. Und ich weiß nicht, wer von uns beiden die frische Luft und die Sonne mehr genießt. Bello läuft vor und schaut sich zu mir um. Sein Bellen klingt, wenn... Wo bleibst du denn? Und weiter geht's. Laufhund. Sehr schön. Mehr Gesundheit. Das kann ich brauchen. Okay, ich glaube, ich spiele noch, bis ich erwachsen werde. Äh, sure. Okay, er verliert jetzt wirklich gegen den Bauernaufstand. That's just sad, my friend. Okay, gehen wir... Gehen wir ihm helfen, nicht? Müssen wir die ganze Arbeit hier machen, weil die Tiroler unfähig sind da drüben. What else is new? Wind to the rescue. Okay, er schafft alleine. Apparently. Nice. Gut gemacht, Tirol. In dem Fall bleibe ich hier. Viel Spaß. Bauernaufstand wurde annulliert. Ist schön. Schön ausgedrückt, Spiel. Kommen langsam zu mehr Geld. Äh, wo ist Prag? Da ist Prag. 2,50. Sehr schön. Prag ist bayerisch. Wunderbar. 2,50. Sehr schön. Hey, ich kriege auch noch eine Katze. Oh, die Shit, habe ich viel Zeug. Flausch, Sanftpfote. Monzi. Wir haben Bello und Monzi. Ein fantastischer Name. Ich glaube, wir können sie streicheln, oder? Wir können die Katze streicheln und wir können Bello streicheln. Und ich werde Anspannung verlieren. Das ist perfekt. Wir haben doch gar keine Anspannung. Okay, was ist das hier? Prinz Lothar Anspruch auf Königreich von Italien. Bello ausgebuxt. Ich werde geduldig sein. Kommt sicher wieder, Bello. Uh, 2 Gold. Okay, ich habe gehofft, das wäre ein bisschen mehr. Aber, wenn ich darauf hoffe, dass ich Geld bekomme, weil mein Hund mir Geld bringt, dann werde ich wahrscheinlich nicht reich werden. Keine Gefangenen leider momentan. Mein Vormund Jiri hat mich dabei erwischt, wie ich etwas aus der Reisetruhe vom Bürgermeister Jakob stibitzen wollte, als dieser gerade die Burg besuchte. Jiri drohte mir mit Strafe und verlangte eine Erklärung. Hinterliste, could be good. Reingespiel plus 4. Ah, das ist eine Sünde für Katholiken leider. Reingespiel minus 4, keiner Sack's. Bescheiden. Frömmigkeit, Meinungs... Okay. Mehr Frömmigkeit ist ganz nett. Jetzt wird er nicht mehr, jetzt wird er nicht mehr, jetzt wird er nicht mehr an, annehmen. Ja, wir haben, wir haben die da. Ich will nicht, also die werden nicht heiraten, oder wie? Oder schauen. Hat sie jetzt geheiratet? Okay, sie haben geheiratet. Cool. Ich meine, du bist sowieso... Wieso soll ich die Bündnismitte schmieren? Du bist sowieso mein Versal. Momentan bist du Spieler, aber ich glaube, wenn ich einen Sohn bekomme, dann wird mein Sohn alles erben. Which would actually be great. Das poppt irgendwie auch dann auf, wenn niemand da ist. Ja, das ist da oben, das ist nicht mein, oder? Da gehört mir ja nichts da oben. Das ist nicht mein Territorium. Sehr gut, wir sind ratenfrei. Gewaltige Gesundheitsbonus. Rasso belästigt mich schon eine ganze Weile. Viele der anderen Kinder hören auf ihn und er nutzt seinen Einfluss, um sie gegen mich aufzuwiegeln. Ich schaffe es einfach nicht, dass er aufhört, ganz gleich, was ich auch versuche. Ey, Solatenkönig, wie freundet ich eigentlich an der Uhrzeit für arbeitende Menschen? Und welches Land spielt der vorhin so gut? Österreich? Na, natürlich Österreich. Wir spielen Österreich. Ich meine, das Spiel ist ein bisschen gemein und meint, dass die Kultur hier bayerisch ist in Österreich. Und leider, sobald wir mehr werden wollen als Herzog, werden wir auf Bayern wechseln müssen. Aber ey, solange das Hauptherzogtum Österreich bleibt und die Hauptstadt Wien ist fein. Wir können den Rest von mir aus Bayern nennen, wenn es sein muss. Okay, 14. Vielleicht machen wir noch ein bisschen länger. Ich kann nicht jedes Mal dann aufheilen, wenn der Solatenkönig auftaucht. Momentan warten wir eigentlich nur darauf, dass ich nicht erwachsen werde. König Karl wurde exkommuniziert. Ist das meiner? König Karl von Bayern. Wunderbar. Mouncy und Bello haben sich gegenseitig lieb. It's amazing. Keinerlei Anspannung. Wir sind ein bisschen eine Disney-Prinzessin auf einmal. Was hätten wir, nachdem wir das letzte Mal eigentlich ein Serienkindermörder waren, unser Vater, von dem her. Ich meine, wir sollten auch noch Serienkindermörder werden, eigentlich, sobald wir dürfen. Indem immer noch Zweite in der Erbfolge sind dort. Wie alt seid ihr eigentlich da drüben? Bist du zuerst? Ich werde zuerst erwachsen. Das heißt, ich kann anfangen, dich zu ermorden, bevor du anfangen kannst, mich zu ermorden. Wer ist sonst noch da in der Erbfolge? Nur noch Seeburg Wilhelmiden. Siehst du? Ah, sie wird erwachsen. Okay, sie wird erwachsen, bevor ich erwachsen werde. Ich dachte, die hätten schon geheiratet. Wer war? Wer war? I don't understand. Warum habe ich auf einmal noch mehr Geschwister? Ah, wegen meiner Mutter. Right. Wegen meiner Mutter. Nein, das macht ja auch keinen Sinn. Ja, du bist Haus Innsbruck, aber trotzdem halb, Bruder. Nicht Mitglied unseres Hauses. Aber wir sollten trotzdem verbündet. Kann ich mich nicht verbünden? Wenn du mit einem Halbbruder bist, soll ich mich da eigentlich mit dir verbünden können, ne? Doch, voll. Wunderbar. Herzog von Tirol sind wir verbündet. Ja, ist schön. Also mit wem sind wir jetzt alles? Wir sind verbündet mit dem Herzog... Nein. Herzog Eberhard von Transjulianien. Okay, sure. Graf Conrad von Tindles. Who the fuck is that? Wie zum Beispiel sind wir mit dir verbündet, auf einmal? Ah, du warst der von Bern. Du warst vorher der Herzog von Bern, I guess. Du bist verheiratet mit meiner Schwester. Ja, that makes sense. Okay. Maunzi, der Unruh... Das ist nur eine Katze. Oder... Was ist mit dir? Er mag mich eigentlich ziemlich. Ja, ja, das passt schon. Das ist nur eine Katze. Chill. Du hoffst, dass du erwachsen wirst. Warten wir doch alle. Low blow. Ich kann Kriege erklären. Ich mag aber gar keine Kriege erklären momentan. Wie gesagt, ich mag ja nicht nur erwachsen werden. Ich glaube, 16 ist es jetzt. Nein, es ist einfach von Katholizismus, was er um 10 erhöht. Tugendhaft, der Bischof gefeiert. Wir brauchen ein bisschen Eifer, damit es hier mit der... Mit der Bekehrung ein bisschen schneller weitergeht. Du warst auch zwei Jahre im Pilsen. Ich meine, immerhin sind es jetzt nur noch 11 Jahre verbleibend. Tschüss, Pedro. Haben wir irgendwelche... Haben wir irgendwelche... Faktionen? Moment mal. Ah. Die niemals endende Folter, der Rasse mich unterzieht, muss endlich aufhören. Er verspottet mich gnadenlos und ständig werde ich herumgeschützt und gedemütigt. Das kann so nicht weitergehen. Höchste Zeit sich im Zeigen, mit wem er sich hier anlegt. Oh. Was war die Herausforderung? Oh, nochmal besser. Diplomatie oder Kriegsführung herausführen? Aber schau mal, bin ich in beiden besser. Ich bin in Diplomatie nur noch besser. Wunderbar. Erblühende Freundschaft. Im Augenblick verbringe ich viel Zeit mit Engelbert. Er stellt mir immer die richtigen Fragen und soll mit jeder Unterhaltung und jedes Streitgespräch. Mit ihm wird es nie langweilig. Tschau. Scholl. Das sind wir Freunde. Let's fight. Wieso bist du schon wieder ein Kind hier? Weil er schon gestorben ist. Bin ich verlobt? I know. Wir werden dann heiraten. Chill im Beispiel. Man, unsere Verwaltung ist recht gut. Man ist mir im Geburtstag. 6. November. Oh, in Kürze sind wir erwachsen. Bin ich nicht der Garant für Glaubensfreiheit? Ja. Ja, wir sind voll für Glaubensfreiheit. Solange man katholisch ist. Ich habe die Eigenschaft knausige Buchhalter. Das ist nicht so gut. Ich habe die Eigenschaft nachdenklich verloren. Okay. Sure. Unsere Intrige ist extrem scheiße. Jetzt geht es nochmal ums Heiraten hier. Machen wir höchstens 5 Jahre. Fruchtbarkeit. Definitiv fruchtbar. Eigenschaften. Vererblich. Yes. Bündnis. Muss nichts sein. Prestige. Zuwachs. Wäre nicht schlecht. Not happening. Okay. Bündnis. Wäre nicht schlecht. Not happening. Alright. So much for that. Ist natürlich schön. Ist vielleicht auch immer gescheit. Nein. 17. Wer ist das hier? Haus Champagne. Chateau Thierry. Ohne Angst oder möge Beharrlichkeit mein Wappen ziehen. Bit boring. Ey. Melisena de Boat hat wenigstens auch noch ordentlich Intrige. Was mir gefällt. Was bist du? Geduldig. Like it. Ey. Stop it. Nein. Ehrgeizig. Auch cool. Gefühllos. Ähm. Ja. Ist doch perfekt. Minus 200. Prestige. Ist fein. Sie schaut gut aus. Ich bin nicht da. Aber vielleicht nicht. Ähm. Wir werden in die Verwaltung gehen. Ich glaube wir checken uns einfach mal Schwerpunkt Domäne. Brauche ich Schwerpunkt Domäne momentan? Ja. Okay. Wir checken uns mal Schwerpunkt Domäne damit ich. Wobei wir warte kurz noch. Bis ich verheiratet bin. Vielleicht hilft sie mir genug. Dass ich es nicht mehr brauche. Ausgezeichnet. Äh. Ich bezahle sicher nicht bei einer eigenen Hochzeit. Aber sie sollen mir eigentlich eh am besten mit dem höfischen Ränkenspiel helfen momentan. Ich habe zwei Gold von Mounts erhalten. Wunderbar. Eine sehr arbeitswillige Katze. Okay. Wir nehmen Domäne damit ich. Damit ich nicht mehr unter. Über meinem Domänenlimit bin. Ja. Sind wir 6 von 6. Und wir müssen weiter. Kinder ermorden. Stürb. Wir haben nur eine 8% Chance. Excuse me. Ah. Ich habe einen ganzen schönen Baum hier nicht mehr. Wir haben null Agenten. Äh. It's not really worth it. Dann machen wir mal weiter. Vielleicht können wir bald einmal noch mehr einladen. Wieso sind alle? Wieso mögen ihn alle? Bitte. Er ist 12. Wie kann er so toll? Er ist 12. Niemand ist toll, wenn er 12 ist. Du kannst verstehen, dass ich meine Feiertage nicht aufgeben möchte. Ja. Ich will ja gut zu meinem Volk sein. Ich bin jetzt neu überhaupt der bayerischen Kultur. Wie sie es gehört. Ey. An diesem Mal bin ich nicht mehr ganz so deppert. Es dauert so ewig, bis irgendwas entdeckt wird. It's hilarious. Ähm. Okay. In Wien. In Wien. Wir können mal Wien wieder ein bisschen ausbauen. Wir haben Wien in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Es tut mir leid, Wien. It's my bad. Verbessere dich mal. Die Herrenhäuser. In Wien. So sad. Ein Ratschlag. Ich schlendere durch die Marktstände von Wien und eine schwere Geldbörse zieht meinen Gürtel nach unten. Wie setze ich diese Münzen am besten ein? Ich bewundere die Waren eines örtlichen Bildhauers. Religiöse Bildnisse sind eine solide Investition, als mein Ratsverwalter Graf Otterka plötzlich an meiner Seite steht. Darf ich euch meinen Ratschlag geben, mein Lehnsherr? Seht euch die Steinmetzwerkstatt da drüben an. Äh. Please stop. Seine Waren mögen einfach sein, aber das Potenzial ist überwältigend. Besitzung für Bildhauer, Werkstatt, Investition. Monatliche Frömmigkeit, Besitzung, Steuern plus 10%. 40? Äh. Oh, das wäre besser. 75% jetzt du es. Ja, wunderbar. Und Otterka ist mein Freund. Yay. Okay, mein, mein, mein fucking, mein fucking Reichskanzler ist einfach immer so scheiße, dass sich nichts damit anfangen lässt. Was sehr, sehr tragisch ist. Haben wir einen besseren Ratspitzel? Ja, ihn, der mich hasst, immer noch. Kannst du aufhören, mich zu hassen vielleicht? Man möchte einen Sitz im Rad. Ja, er war arrogant gegen Bescheiden. It just doesn't work. Wenn ich dich wegschmeiße, magst du mir... Du bist aber mein Freund, right? Vielleicht hasst du mich nicht dermaßen. Du bist nicht... orthodox, arvarisch. Das ist ein bisschen gefährlich. Du bist katholisch-schwäbisch. Du bist eine 18 zumindest. Let's get you. Und ich glaube, er weiß nicht, wie ich... Ja, sorry. Mag mich weniger. It's fine, though. Und wir unterstützen Komplotte. Und jetzt haben wir hier eine 36% Chance mittlerweile, was immer noch nicht gut ist. Ah. Okay, mein Lenser hat den Krieg gewonnen. Gut. Alles, was glänzt. Mein Ratspitzel Gisela nähert sich mir mit ruchlosem Grinsen. Gutes Zeichen, der Gäste. Dieser Beutel hier enthält ein äußerst heimtickisches Pulver. Wenn man es auf etwas streut, beispielsweise auf ein Geschenk... ...für Herzog Andelda Winn, hinterlässt es keinerlei Spur. Doch wer es berührt, wird mit Schwäche und mit dem Körper Säften geschlagen. Schau. Wir müssen uns langsam überlegen, was wir noch so machen morgen jetzt. Ich glaube, das ganze Morden hier führt zu nichts, weil wir nicht intrigant genug sind. Vielleicht müsste ich doch nochmal eine... Vielleicht müsste ich dann doch nochmal kurz auf Intrige wechseln. Nur damit ich die killen kann. Aber ich würde mir auch gerne Meritokratie checken. Damit wir einen Kriegsgrund haben gegen unseren Chef. Obwohl unser Chef jetzt schon langsam ziemlich mächtiges Holy Scheid. Nein, mit Meritokratie hier kann man... Ihr könnt Thronanspruch gegen euren Lehnsherr verwenden. Also ich glaube, es ist ein Komplott, den ich zuerst machen muss. Aber dann hätte ich einen Anspruch auf den Thron. Ich meine, es wird nie im Leben funktionieren, aber wir können es trotzdem probieren. Oh mein Gott! We lucked out. Ich habe 40... Oh, ich habe 40 Anspannung. Weil wir ein Kind gekillt haben. Was machen wir? Wie der beste Bösewicht? Wir streicheln unsere Katze. Und wir streicheln unseren Hund. Und jetzt geht es uns besser. Perfekt! Ja, Cousine. Ich bin der Erbe. Alright? So, Cousinchen. Ich meine, es sind doch alle frauenfeindlich um die Zeit, oder? Von dem her, dich kann niemand mögen. 95, 95, let's go. Let's go. Elf Monate. No Props. Seid gegrüßt, mein bescheidener Lehnsherr. Das könnte jetzt auch eine Beleidigung sein. Passt besser auf deinen Kopf auf hier. Ich weiß, ihr dient der Höchsten aller Mächte treu, daher hoffe ich darauf, dass ihr wohlwollend auf den Umstand blicken werdet, dass unsere Pflichten euch gegenüber unsere Fähigkeit behindern, unsere frommen Werke zu verbringen. Vielleicht könnten wir einige unserer schwerwiegenderen Verpflichten aufgehoben. Mein Gold gehört Gott. Ähm. No. Mag mich Papst Marinos momentan? Oh, können wir dich zuerst um Geld anflehen? Ich bin nicht wirklich... Aufgeburtsgrö... Aber von wem? Nur von den Vasallen? Äh, fein. Ein bisschen weniger Aufgeburt soll nicht so schlimm sein. Wieso darf ich den... Wieso darf ich den Papst gerade nicht anbetteln? Ich würde gerne den Papst anbetteln. Was brauche ich dafür? Oh, wir können das Heilige Römische Reich wieder erstellen. Was sind die Anforderungen? Königreich von Ostfrankreich. Müsst mindestens drei Königreichtitel. 120 oder mehr. Ostmark, Ostfrankreich. Vielleicht machen wir das. Ja, den Papst muss ich auch noch mögen. Jesus Christ. Ja, ziemliche Anforderungen hier. Für so ein... Puppeliges Heiliges Römisches Reich. Ähm. Da mein Komplett sich der Umsetzung nähert, ist eine rasche Verständigung entscheidend. Ich habe eine besondere schlaue Taube, die Berthold nutzen könnte, um nötigenfalls einige Botschaften an mich in Wien zu schicken. Doch wie soll ich den Vogel in die Residenz von Graz bringen? Äh, ich brauche nicht wirklich plus 10% Erfolgschance, oder? Hm, Geheimhaltung meine ich nicht. Das ist zu riskant. Wir sind schon auf 95%. Was brauche ich, eine blöde Taube? Ich glaube, wir sollten langsam mal ein Aufgebot hier machen. Wir sind auf 6,5. Yay! Sie sind schwanger. Good job, YouTube. Äh, sure. Wir gehen auf ein Fest mal. Why not? Kein direkter Effekt. Wir könnten dich auch noch verführen. Ich meine, es ist scheinbar nicht mehr nötig, nachdem wir schon ein Kind bekommen. Oh. Ich bin scheinbar nicht sehr charmant. Okay, machen wir vielleicht nicht. William, diese Katze muss... What the fuck? Meine gemeinhin herzlichen Mediziner hält Monsi am Nacken mit roten Augen und triff in der Nase. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann es kaum mehr atmen, dieses Tier. Ich werde meine Katze... Dude. Ich werde Monsi nicht vergeben. I don't care. I don't care. Fuck you. Fest mal, das Dilemma. Das Fest mal neigt sich dem Ende zu. Mein geliebter... Nein. Mein getrieben Ratskanzlerfürst Bischof Matthias und finden uns in einem intensiven Gespräch wieder. Ich nehme mal ein Ich. Er fragt mich nach meiner Meinung zum Thema Freundschaft, das ihm selbst auch sehr am Herzen liegt. Scheu. Werden wir Freunde. Okay. Wir haben die bayerische Kultur in Pilsen jetzt auch verbreitet. Wunderbar. Jetzt werden alle bayerisch da oben. Ähm. Brauchen wir mehr Bayern. Mehr Bayern in Böhmen. Deswegen fängt beides mit Bär. Interessantes Gespräch. Gebt mir Plus 1 Diplomatie und Bildung. Das machen wir. Wir müssen nicht unbedingt befreundet sein, meiner Meinung nach. Ich fülle hier 44 an. Wiederbelebte Freundschaft. Wunderbar. Lebt wohl mein Freund. Bin ich nur mit ihm befreundet eigentlich? Beziehungen. Nein. Ich habe mit dem Grafen von links bin ich befreundet. Ich bin mit der Hälfte meiner Vasallen befreundet. I'm doing a great job. Einen wunderbaren Herzog Wilhelm. Eure Fußknöchel sind wie eine knorrige Wurzel. Es wäre ein Segen für mich, euch zu sehen, damit ich endlich erfahre, ob euer Kampfgeschick die Schlacht für sich entscheiden kann. Wir beide sind es, die wir gemeinsam die Sonne über den Himmel ziehen lassen. Äh. Okay. Diese Zeilen sind nur ein schwacher Ausdruck meiner Gefühle für euch. Ich werde alles tun, um meine ergebenden Zuneigung zu beweisen. Sie sind nicht zu gut im Flirten. Wer the fuck ist Gisela? Eine 65-jährige Ratsspitzel von mir. I do not think this is happening, Gisela. I'm sorry. Ich meine, meine Frau hat sich auch mit mir verscherzt, nachdem sie einfach meine Katze nicht mag, nur weil sie nie Allergie hat. Mein Gott. 0% Chance, dass wir uns gern haben. Und die Verführung ist wahrscheinlich auch nicht einfacher geworden. No really, no. Okay. Einer meiner Agenten hat ein giftiges Tier besorgt und einen Diener dafür bezahlt, dass er es im Bett von Herzogin Seeburg versteckt, bevor es dunkel wird. Fehlt nur noch mein Order. Das ist so gut wie tot. Okay. Let's go. Bam! Sie ist tot. Wir haben alles geerbt. Beautiful. Leibniz gehört mir. Graz gehört mir. Mirz Zuschlag gehört mir. Pitten gehört in dem... Ah, Pitten hat mir schon vorher gehört. I like it. Wir müssen es nur wieder loswerden. Wir könnten es... Oh, gib mir Geld, bitte. Wieso kann ich Clara rechtmäßig einkacken? Wer ist Clara? Wer ist Graf Konrad? Wieso? Könnte gelingen, 10... Naja. Ähm... Habt ihr... Gibt es ihnen ein... Ein... Was... Gibt es ihnen was gegen mich? Noch kein aufgedeckter Komplott. Okay. Ich freu mich, ob ich das meinem Bruder geben will. Momentan mein Erbe. Ich will den gehen allerdings vorher, glaube ich, verloben. Äh... Lass mal alle hier sehen. Wenn man höchsthalte 25, wofür scholl. Fruchtbar und vererblich, ja. That's fine. Dann gibt es hier schon alles. Oh. Vier Jahre alt. Ich meine, ich weiß nicht unbedingt, dass du großartige Bildnisse bekommst. Aber das könnte ganz nett sein. Wohlgestalt, schlau und intelligent von dir. Okay, sehr gut. Wir haben Geld bekommen. Wunderbar. Und kann ich dir schon Titel geben? Ich kann dir schon Titel geben. Ich glaube, du kriegst mal die Gra... Die, 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 die... Grafschaft von Graz. Frage ist, wenn ich die anderen beiden gebe. Bist du? Katholisch-Französisch. Ich meine, es ist besser als... Da haben wir was Bayerisches. Was ist der Ritter hier? Katholisch-Bayerisch. Ulrich. Ey. Get it. Jetzt haben wir nur noch einen Leibniz. Vielleicht laden wir da doch noch hin. Ich meine, er ist nicht so schlecht. Ei. Böse Abenteuer. Ja, fuck it. Wir haben niemanden anderen. Get here. Und, äh... Bitteschön. Warte mal. Ich habe mir noch nicht Böhmling gecheckt, oder? Mache ich das jetzt endlich? Oder habe ich schon? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Nein. Titel schaffen. Herzogtum von Böhmen. Ich bin ja auch noch Herzog von... Herzog von Österreich und Böhmen. Und der Steier mag es halt eigentlich auch bald werden. Es kostet mir schon wieder so ein Wahnsinnsgeld hier. Die ganzen Herzog-Titel. Ich habe hier eine Tochter. Wunderbar. Ein bayerischer Name. Ulrich ist ein bisschen schlecht. Nach meiner Mutter oder der von... Ich meine, wir brauchen mehr Judiths, nicht? Judith war... Judith war richtig cool. Ich glaube, wir sollten Judith ehren. Also meine Mutter Judith. Dann noch nicht vorher da was zu laden können. Sie war zuerst mit meinem Sohn verheiratet. Dann ist mein Sohn deppert gestorben, bevor er Kinder gemacht hat. Und dann habe ich sie selber geheiratet. Und wir haben innerhalb von einer Sekunde ein Kind bekommen. Das war so amazing. Weil ich war zu dem Zeitpunkt schon 60 oder so. Und ich hatte Angst, dass ich keine männlichen Erben bekomme. Und Judith war like... Don't you worry, old man. I got you. Maunzi. Einhülltes Geheimnis. Ich schaue hinunter und sehe, dass meine Katze Maunzi mir eine Schriftrolle zu Füßen gelegt hat, die in jenem unverkämmbaren Stil versiegelt ist, den meine Gemahlin, Herzogin Melisander, pflegt. Ich gebe der Neugier nach und überfliege den Text. Meine Hexel... What? Sie ist eine Hexe? Meine fucking Frau ist eine Hexe. Und mag die Katze nicht. What the fuck? Ich dachte... Ich dachte, Hexen sind Katzenfans. Das ist das einzige Sympathische. Sturzschwangerschaft. Sie war einfach... Verstehst du? Sie hat sich gedacht... Sie muss... She's gonna take one for the team. Mit halb geschlossenen Lieder. Als man blickt, dem von König Irmgard zum gefühlt 20. Mal an jedem Tag begegnet, weiß ich, dass ich keine Einbildung aufsitze. Selbst vom anderen Ende der Tafel aus fühlt sich ihr Blick so heiß haben wie die Mittagssonne. Sie will mich und ich bin ganz erschrocken. Über sie, über ihren Gemahl König Karl. Und über das, was ich unmöglich tun werde. Ich vermag es nicht zu sagen. Ich werde schön mit dir durch die Federn tollen. Na, okay. Ich meine... Wenn ich Sex haben kann mit der fucking Königin von Bayern, die die Frau meines Lebensherrn ist... You have to do it. Anschließend lässt sich Irmgard schwer auf die Matratze fallen, keuchen und mit halb geschlossenen Augen. Träge wische ich mir mit zarten Fingern den Schweiß von der Brust. Nach einem Winterumschlag später schiebt Irmgard mit einem entschuldigen Lächeln meine Hand beiseite. Der Morgen graut schon. Ich gehe besser. Königin Irmgard wieder zu meiner Affäre? Vielleicht 10 Männer. Königin Irmgard mal schauen. Oh mein Gott. Ich war zu clinchy. Schade. Wir machen mal Meritokratie hier. Ist es jetzt ein Komplott? Oder habe ich denn einfach den Anspruch? Ich habe momentan keinen Anspruch. Ähm... Hey, Herr Lenz, Herr. Thronanspruch komplett. 90%! Let's go! Wir gehen, wir einladen. Ja, ihr bist wahrscheinlich teuer. Wann muss ich überhaupt den Winn einladen? Eben 90%, 95%. Dauert drei Jahre, aber fein. Ich habe Zeit. Alle, die ich ermorden wollte, habe ich bereits ermordet. Ich meine, es ist schon ein bisschen... Wenn man sich das kurz anschaut, ich meine, ein wenig brutal. Also, das sind meine Eltern. Und das war mein Onkel. Haben wir die alle gekillt? Ja, die haben wir, die haben wir alle gekillt. Und den Papa haben wir gekillt. Ich glaube, wir haben die, die es nie geworden sind, auch gekillt. Ich glaube, wir haben alle fünf Kinder gekillt. Was man nicht tut. Für einen Titel, nicht wahr? Ah, Bayern ist schon riesig. Okay, wenn ich eine Fraktion... Ich meine, sobald ich den Anspruch habe, jetzt kann ich eine Fraktion machen. Für mich. Skandaloser Priester. Ah, der Papst schon wieder. Nein, ich bekomme 100... Aber er verliert 30 Meinungen von mir. Weißt du was? Ich lasse es einfach. Weil ich will ihn dann wieder um Geld anfliehen später. In dem ist es vielleicht besser, wenn ich ihn nicht die ganze Zeit verärgere. Sondern nur hin und wieder. Ähm, Herzogtum von Steiermark, by the way. Ah, das gehört mir schon. Ich bin schon Herzog, den muss ich gar nicht mehr machen. Ich habe schon drei Herzogtum jetzt. Herzogtum Steiermark, Herzogtum Österreich, Herzogtum Böhmen. Wunderbar. Hm, okay, was machen wir als nächstes? Kärnten. Großmeer. Da könnten wir mal die Religionskriege machen, eigentlich. Schlesien. Ja, meine Augen wären gleich groß, wenn ich Schlesien sehe. Können wir das bauen in Wien? Nein, du bist immer noch beim Ausbauen, okay. Wir könnten die anderen ein bisschen verbessern. Äh, wie schaut es in Krems aus? Freistadt. Wie wäre es mit, äh, ein paar Höfen und Feldern hier? Passt. Aber irgendwelche guten Kriegsgründe? Religionskrieger, guess. Übergelegt das Königreich und Krallen? Nein, nein, ich könnte mir, ich könnte mir ein ganzes Herzogtum hier abschneiden. Ich habe vier Verbündete mittlerweile. Cool. Er hat die leicht besseren... Holy shit, who the fuck are you? Jarltum von Jorvik? Wo ist das? Boah? Wie hast du dermaßen viele Truppen? Ja, was bist du sonst noch außer Jarl? Du bist nur Jarl von... Du bist drei Grafschaften, aber 5000 Truppen. Sondersoldaten. Ah, der hat die noch Eventsoldaten. Ich meine, können die da schon rüberschippen? Sonst ist es relativ egal. Oh, das wäre direkt neben uns. Ich meine, wenn wir schon einen Religionskrieg machen, I guess. Können wir uns große Mähren holen. Wie willst du? Puh, der hat auch nicht wenig Soldaten. Holy shit. Und ein paar Verbündete. Na, wir könnten jetzt endlich einmal ein bisschen hier mehr Regimente erschaffen. Okay, wir haben Größe 3 von 3. Leichtes Fuß... Wieso habe ich auf einmal ein leichtes Fußvolk? Ich wollte ja nie ein leichtes Fußvolk. I guess wir... Dann können wir mal ein billiger. Warte, warte, warte. Meine Tochter, okay. Wir haben schon eine Judith mittlerweile, gell? Wir haben eine Judith. Eine Sieger. Ich meine, damit du mich nicht verhext oder so. Wir können dich mal nach Melisande... Und du bist Melisander, gell? Ja. Eins für die Mutter, eins für die Frau. Zeit für den Sohn, by the way. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Kein Stress. Wir haben eh Zeit, aber... Ich meine, es ist schon bei 3 von 3. Vielleicht behalten wir es derweil einfach. 30, 30, 30. Keine Verfolgung. Kontert Sperrträger. Kontert Bogenschützen. Kontert Leichte, Reicht... Okay. Was macht das leichte Fußvolk? Kontert Schweres Fußvolk. Interesting. Wenn wir von allem ein bisschen was haben. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Vielleicht checken wir uns mal ein bisschen Retterei. Mein Name. Post 915. Okay. Erzählte von Innsbrucker Einspruch auf die Craftshop von Lienz. Wieso interessiert mich das genau? Keine Ahnung. Kehrt nicht mehr. Fein. Wer... Wem gehört Kärnten? Wir sind nicht den wir verwandt, oder? Ähm... Sollten wir später da was heiraten? Oder ich meine... Das ist eine Großmärin. Großmärin ist leider katholisch, gell? Da können wir nicht... Ja... Da können wir nicht anfangen, Schlägereien zu machen. An unser Glaube wurde leider nicht genügend verbreitet in Böhmen. Ich kann die Bande von Graf Werner? Oh, weil wir einen Hook haben. Äh, ich will mich steuern. Wieso... Wieso ist das bitte? Da wieder zweimal? Nein, okay. Wir dürfen einmal die Steuern erhöhen. Perfect. Mächtiger... Basal... Ich kann ein Bündnis mit Graf... Wer... Wer... Ah ja, das ist mein... Das ist mein Bruder. Tja, jetzt do ein Bündnis. Da sind wir nachher nicht auf die Eier gehen, zumindest. Ich meine, wir sind Brüder. Wir sollten uns gegenseitig lieb haben, nicht wahr? Trommend, bald werde ich König sein. Sechziger... Oh. Ja, ja, ja. Ich werde über... Ähm... Räufel... Oh, Mord. No, thank you. Flaggeland... Oh, I don't like that either. Ich muss stark sein. Okay. Wir haben zwei Viechis, die wir die ganze Zeit streicheln können. Wir müssen... Wir müssen eine Jagd veranstalten. Gotta do some shit here. Wir müssen Anspannung verlieren. Habe ich jetzt einen Anspruch, actually? Habe ich ihn jetzt bekommen oder habe ich ihn nicht bekommen? Ähm... Ich habe einen Anspruch. Durchgesetzter Anspruch. Das heißt, er wird auch noch vererbt. Perfekt. Wildere hier in dem Wäldern des Grafs. Sie kauen eng beieinander, als ich mit meinen Wachen zu ihnen reite und verbergen damit kaum das tote Zier hinter ihnen. Sind dem Adel vorbehalten. Das waren wir nicht, euer Gnagen. Ihre Klingen und Bögen strafen sie Lügen. Volks... Äh... Graf Schöpfe von Hradec. No, no, wir sind da nicht... Oh. Was machen wir? Die wilde Ausbildung? Let's do that. Wunderbar. Können wir ein Fest mal auch noch machen? No! Ich verliere Haus und... Ich wollte ihn gerade streicheln. For fuck's sake. Ich kann ihn nicht streicheln. Okay. Fest mal. Es fehlt... Es fehlt Geld für Fest mal. Ich muss... Ich muss wieder runterkommen. Damit ich von der Anspannung... Aber ich glaube, das Fest mal sollte reichen, damit ich eine Stufe runterkomme. All right. Aber jetzt reicht's wirklich für heute. Fast vier Stunden Stream. Holy shit. Oh, okay. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, das zuzusehen. Der nächste Stream ist... Wann ist denn der nächste Stream, Leute? Morgen vielleicht? Samstag? Samstag. Samstag, ich denke. Ist Samstag der nächste Stream? Probably Samstag. Ansonsten, wenn ich morgen streame, dann kündig ich es morgen noch an auf dem YouTube-Kanal. Aber ich bezweifle es. Samstag nicht, dass ich Zeit habe. Maybe. We'll see. Anyways, ich wünsche euch einen schönen Abend heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nachdem er seine Haustür zu tot gestreilt hat, ist Schluss. Nur eins von den beiden. Nur eins von den beiden. Habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Baba.